Ah ja, und die Donation müssen wir noch gucken zum Schluss. Stimmt, ihr habt recht, ihr habt recht. Nicht ohne TV, doch, doch, nicht ohne TV. Ja, ich habe das tatsächlich gerade kurz vergessen. Wir gucken uns das Video an. Wenn ich wieder da bin, möchte ich, dass hier 3000 Abonnenten stehen. Ja, wir gucken uns das jetzt an. Und hier macht ihr die 3000 voll. 3000 Leute. Let's go. Also nicht ohne TV hat ein Video gepostet und das gucken wir uns mal an. Sorry, nicht ohne TV, ich habe es fast vergessen, Leute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, stark ist sogar von dir das Video. Alter, das ist ja mega stark gemacht. Hä? Das war so ein richtig kranker Karporn, wie so bei so einem Rennen, wenn die Autos so übertrieben filmen wären bei so einem Autorennen. Megastark Und dann halt so ein Typ Mit so einer Gehhilfe Ich weiß nicht, wie man das nennt Rollator ist es nicht Aber, hä, krass Nicht ohne TV, gucken wir mal kurz auf seinen Kanal Hä, alter Schwede Übelste Videos, ach Ach, guck mal Raze war nicht ohne TV Hä, nicht ohne TV Wer bist du Ich hab doch schon mal was von dem gesehen, oder Hey, was geht Ich bin gerade in Köln unterwegs hier bei den Studios Wo Hab ich das schon mal gesehen? Ich weiß nicht genau Du weißt, wer wir sind Und du weißt, warum du hier bist Der andere erinnert mich ein bisschen an Gaffi Ja, Anton, es sind Platzpatronen Das weißt du auch Können wir nicht anfangen zu zocken Ich weiß, es ist spät, aber scheiß drauf Okay Das ist mal was anderes Sieht wirklich professionell aus, Alter Ja, mega stark gemacht Ja Respekt auf jeden Fall Nicht ohne, hast du irgendwas mit Film oder Schnitt studiert Oder Ausbildung dazu gemacht Weil das sieht nicht aus wie Das sieht nicht aus wie Selbst beigebracht Ja Das ist schon Ein bisschen Next Level Shit Auf jeden Fall Also zu krass für Ich mach mal selber irgendwas Ja, ja Also Mega krass Auf jeden Fall Respekt Vor allem dieser Dieser Ja, dieses Gehilfe-Ding Richtig krass gemacht Nicht schlecht Nicht schlecht Tritt sich vor nem Baba-Wagen 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 Bis zum nächsten Mal.